»Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, Und übe, Knaben, gleich der Disteln köpft An Eichendich und Bergeshöhn. Mußt mir meine Erde doch lassen stehen Und meine Hütte, die du nicht gebaut, Und meinen Herd, um dessen Glut Du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonn Als Euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern Und Gebetshauch Eure Majestät und darbtet. Wären nicht Kinder und Bettler Hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, Nicht wußte, wo aus, wo ein, Kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, Als wenn drüber wär, ein Ohr zu hören, Meine Klage, ein Herz wie meins, Sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir, wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet, Heilig glühend Herz? Und glühtest, jung und gut, Betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben. Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, Jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, Jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal? Meine Herren und Deine! Wähntest du etwa, Ich sollte das Leben hassen, In Wüsten fliehen, Weil nicht alle Knaben Morgenblütenträume reiften? Hier sitz ich, Forme Menschen nach meinem Bilde, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiden, weinen, genießen Und zu freuen sich Und dein Nicht zu achten, Wie ich! Prometheus brachte den Menschen das Feuer Und wird dafür grausam bestraft. Goethe legt ihm hier eine Wutrede an Zeus In den Mund, die man so verstehen kann, Als wenn er damit seine Tat rechtfertigt. Bedecke deinen Himmel, Zeus, Mit Wolkendunst und übe Knaben Gleich der distellen Köpft An Eichendich und Bergeshöhen. Mit anderen Worten, Mach nur, Zeus, reg dich nur auf, Mach vor Wut schlechtes Wetter. Disteln köpft heute kaum ein Kind noch, Kaum ein Kind schlägt noch Mit dem Stock die Blüten von den Blumen. Deswegen ist diese Aufforderung an Zeus, Mit einem kilometerlangen Riesenstock Die Berge kurz und klein zu hauen, Nicht sofort jedem verständlich. Mußt mir meine Erde Doch lassen stehen. Prometheus spricht von seiner Erde, Der Zeus letztlich nichts anhaben kann. Und meine Hütte, die du nicht gebaut, Und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Hier erhält Prometheus sehr menschliche Züge, Als wenn es sich nicht um die Rede eines Gottes, Sondern um die eines Menschen handelt, Der mit den Göttern abrechnet. Er nimmt für sich in Anspruch, Alles im Leben aus eigener Kraft erreicht zu haben, Und unterstellt Zeus' Neid auf diese Fähigkeit, Zum selbstbestimmten schöpferischen Handeln. Man kann dies durchaus auch allgemeiner Auf das schöpferische Genie, Den Künstler und Dichter übertragen, verstehen. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter, Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern Und Gebetshauch eure Majestät. Nur Verachtung hat Prometheus für die Götter, Die sich kultisch verehren lassen. Und darbtet, Wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Darben, Not erleiden müßten sie, Wenn nicht menschliche Not oder mangelnde menschliche Reife Den Götterglauben aufrechterhalten würden. Darf man das Übertragen auch als Abrechnung Mit dem christlichen Glauben verstehen? Das ist eben das Recht des Schriftstellers, Alle möglichen Gedanken bestimmten Figuren In den Mund zu legen, Um sie experimentierhalber mal gedacht zu haben, Ohne deswegen als Person selber dafür einstehen zu müssen. Da ich ein Kind war, Nicht wußte wo aus wo ein, Kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, Als wenn drüber wäre, Ein Ohr zu hören, Meine Klage, Ein Herz wie meins Sicht des Bedrängten zu erbarmen. Hier erinnert sich Prometheus, Wie er als Kind Selbst so ein hoffnungsvoller Tor war. Zeus wird hier als Taub für Klagen dargestellt, In allgemeinerer Bedeutung Wird hier aber die Frage berührt, Ob überhaupt ein göttliches Ohr vorhanden ist. Wer half mir wieder der Titanen Übermut, Wer rettete vom Tode mich, Von Sklaverei? Als rhetorische Fragen verstanden, Lautet die Antwort, Niemand. Auf jeden Fall nicht Zeus. Es gibt übrigens keine konkreten Episoden Aus der Prometheus-Sage, Auf die hier angespielt wird. Auch darin zeigt sich, Daß Prometheus allgemeiner Und auch menschlicher zu verstehen ist. Hast du's nicht alles selbst vollendet, Heilig glühend Herz? Sich selbst, mein Prometheus, Wenn er mit seinem eigenen Herzen spricht, Dem er Heiligkeit zuerkennt. Immer deutlicher wird, Daß diese ganze Hymne Ausdruck Eines menschlichen Selbstbewusstseins ist, Daß keine Götter braucht. Und glühtest jung und gut, Betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden Ein typisch menschliches Verhalten, Sich selbst retten Und dann Gott danken. Entweder ist man darin Von Zeus betrogen, Oder, In der verallgemeinerten Auslegung, Man betrügt sich selbst, Indem man einem Gott dankt, Den es nicht gibt. Ich dich ehren. Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert Jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet Jedes Geängsteten? Diese rhetorischen Fragen Tragen in sich die Antwort, Nein, Zeus, Hast du nicht. Dieses Urteil hat natürlich nur Bestand, Wenn man jede Rettung und Hilfe Sich selbst zuschreibt. Daß die Kraft zur Selbsthilfe Aufgrund göttlicher Hilfe Entstanden sein könnte, Wird gar nicht erst erwogen. Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal Meine Herren und Deine? Hier sind wir doch wieder Bei einem antiken Götterverständnis. Der christliche Gott steht Über jedem Schicksal, Über jeder Zeit und Ewigkeit Und ist selbst allmächtig. Die antiken Götter, sogar Zeus, Sind hingegen diesen Mächten unterworfen. Nur diese Mächte sind es auch, Die Prometheus anerkennt Und die allein ihn reifen ließen. Wähntest du etwa, Ich sollte das Leben hassen, In Wüsten fliehen, Weil nicht alle Knaben Morgenblütenträume reiften? Enttäuschungen sind Eine menschliche Erfahrung. Prometheus lernte sie zu akzeptieren, Und das ist es wohl, Was ihn zum Manne schmiedete, Anstatt daß er zerknirscht Trost im sinnlosen Gebet sucht. Hier sitze ich, Forme Menschen nach meinem Bilde, Ein Geschlecht, Das mir gleich sei, Zu leiden, weinen, Genießen und zu freuen sich, Und dein nicht zu achten, Wie ich. Hier wird die Identifikation Des Prometheus mit dem Menschen erklärt. Die Menschen sind Genaue Abbilder des Prometheus. Wesen sind sie, Die alles im Leben Freude und Leid ertragen können, Ohne sich deshalb Irgendwelchen Göttern zu unterwerfen. Andere Figuren lässt Goethe Aber in viel demütigerem Verhältnis Zu den Göttern auftreten. Das muß sich nicht widersprechen, Wenn Zeus für einen personalisierten Gott steht, Während die Götter im Allgemeinen Eher für das Göttliche, Das sich nach pantheistischer Vorstellung In aller Existenz offenbart stehen. Auf Wiedersehen. Das war's für ein Konzept. Und die Götter im Allgemeinen ist interactiviert. Und das ist ein Konzept. Der Gericht von Leid Besuch hat ihn in order, Und das ist eine Unwanderung von Und das ist kann man Wobei es das nicht Und die Zimper ist vielleicht ein Konzept, Onze, Autohin da ist wie ein Konzept. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.